Die Copa del Generalismo 1952, 53. war die 49. Austragung des spanischen Fußballpokalwettbewerbes, der heute unter dem Namen Copa del Rey stattfindet. Der Wettbewerb startete am 1. Oktober 1952 und endete mit dem Finale am 21. Juni 1953 im Nuevo Estadio Camaten in Madrid. Titelverteidiger des Pokalwettbewerbes war der CF Barcelona. Den Titel gewann zum dritten Mal in Folge der CF Barcelona durch einen 2-1-Erfolg im Finale gegen Atletico Bilbao. Erste Runde Die Hinspiele wurden am 1. Oktober die Rückspiele am 7. Dezember 1952 ausgetragen. Zweite Runde Die Hinspiele wurden am 28. Dezember 1952 die Rückspiele am 19. März 1953 ausgetragen. Die Spiele wurden am 26. und 27. März sowie am 9. April in San Sebastian ausgetragen. Dritte Runde Die Hinspiele wurden am 1. und 28. April die Rückspiele am 10. Mai 1953 ausgetragen. Real Aviles und Estes Banner Industriel traten nicht zum Rückspiel an, da die beiden Zweitligisten zum damaligen Zeitpunkt in der Relegationsrunde um den Aufstieg in die Primär-A-Division kämpften. Achtelfinale Die Hinspiele wurden am 17. Mai die Rückspiele am 24. Mai 1953 ausgetragen. Viertelfinale Die Hinspiele wurden am 31. Mai die Rückspiele am 4. Juni 1953 ausgetragen. Halbfinale Die Hinspiele wurden am 7. Juni die Rückspiele am 14. Juni 1953 ausgetragen. Finale Die Hinspiele